Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. China legt Friedensinitiative im Ukraidekrieg vor. In einem 12-Punkte-Plan fordert das Außenministerium einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine sowie die Aufnahme von Verhandlungen. Die territoriale Integrität müsse gesichert werden, ebenso Atomanlagen. Zudem solle der Westen die Sanktionen gegen Russland beenden. UN-Vollversammlung verabschiedet Resolution zum Krieg gegen die Ukraine. 141 der 193 Mitgliedstaaten verurteilten das Vorgehen Russlands und forderten den Rückzug seiner Truppen. Sieben Länder stimmten dagegen, 32 enthielten sich, unter ihnen auch China. Die Resolution gilt als symbolisch wichtiger Schritt, ist aber rechtlich nicht bindend. Tarifgespräche im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen auf Ende März vertagt. Die Gewerkschaften lehnten ein Angebot der Arbeitgeber ab. Es sah 5% mehr Geld in 2 Stufen und eine Einmalzahlung von 2.500 Euro für die 2,5 Mio. Beschäftigten vor. In den kommenden Wochen sind erneut Warnstreiks zu erwarten. Erfolge für die beiden deutschen Fußballclubs in der Europa League. Union Berlin besiegte Ajax Amsterdam mit 3 zu 1 und steht damit im Achtelfinale. Auch Bayer Leverkusen ist eine Runde weiter. Die Werks-Elf setzte sich im Elfmeterschießen mit 5 zu 3 gegen Monaco durch. Das Wetter. Heute von der Nordsee her Regen und Schneeregen. In den Mittelgebirgen ab 400 bis 600 m Schnee. Ganz im Süden nach Nebel, zunächst sonnig, später auch hier Regen. Höchstwerte 2 bis 13 Grad. 2 Amp 10 3 7 9 9 9 10 14 15